Er sieht von hier aus immer gut aus, so wow, kass voll viel. Kein Mann? Wo ist dein Mann? Ich hab kein Mann. Hallo zusammen bei Wiesengau.de TV. Jetzt hab ich neben mir Charlotte Engelhardt. Hi! Einen schönen guten Abend mittlerweile, glaub ich. Genau. Also du bist hier im Hypotrom eingeladen bei Boris Becker Charity Event. Ja. Wow. Ich bin hier zusammen. Das ist toll. Das macht richtig Spaß hier, vor allem die Stimmung ist echt locker dafür, dass so viele Promis zusammen aufeinandertreffen und so. Okay. Und das ist ja auch so mittendrin, das ist nicht so abgesondert, das macht echt Spaß. Das ist cool hier. Echt schön. Ja, klasse. Deine Ausstattung. Wir sehen jetzt ein, du hast auch ein wunderschönes, sehr traditionelles, klassisches Dirndl an. Ein Trittini-Dirndl. Was? Von Trittini. Julia Trittini, Designerin aus München. Okay. Und das hab ich mir jetzt gekauft, versteigert, meine Schwester auch. Okay. Super schön. Und ja, wir haben das beide an. Das sind die, also das hab ich seit Jahren an. Das sind die besten Dirndl. Für mich persönlich, weil die sind so schön eng, ohne einen einzuschnüren. Und das ist sehr nett. Jetzt mal für Holz, äh, über das Thema Holz vor der Hütte. Ja, hab ich. Hast du. Von Natur aus, oder hast du mir hier nachgeholfen? Naja, also ich muss dazu sagen, natürlich ist es von Natur aus, aber es ist natürlich nachgeholfen, weil man, ja, das Ganze so drückt. Ja, genau. Das Witzige, das möchte ich Ihnen mal zeigen. Das Witzige ist, man, es sieht von hier aus immer gut aus, so, wow, krassvoll viel. Ja, und so, jetzt guck mal von der Seite. Es sieht aus, als hätte man einen schiefen Boden. Ja, weil die Brust wird so dermaßen hochgeschnallt, dass man gar keine Luft mehr bekommt. Und hier sieht's toll aus, aber unten, da muss man sich noch was überlegen. Ich schlafe schon fast über, gell? Das ist der Wahnsinn. Also es ist wirklich, hier ist nichts. Nichts. Und nur alles hier oben. Naja. Und was ist da unten? Da sind schon ein paar Pushers drin auch, oder? Also ein ganz normaler BH natürlich, klar. Ein Push-Haber? Klar, einen schönen gepolsterten BH und dann einfach zugeschüttet, bis zum Gehtnichtmehr. Okay. Und, äh, ja, und somit wandert der Busner irgendwann von alleine nach oben. Weißt du, wer da schon richtig Angst hat, dass er seinen Job verliert? Kennst du den Dr. Mang, den Schönheitschirurgen? Ja, mit dem hab ich gerade ganz lange gequatscht. Das war ganz witzig. Er hat schon gesagt, so. Ja, der hat ein bisschen Bange hier. Weil die ganzen Frauen hier, die meisten, also sehr viele, haben dann Socken dabei oder Schaumstoff oder Silikon, was man so in den BH schiebt. Okay. Ja, das ist so. Also gut gepolsterten BH zuzahlt auch. Aber ich meine, die Frau, die sich die Brüste macht für Wiesen, ist selbst dran schuld. Also das ist ja wirklich bescheuert. Also wenn, dann macht man das, wenn man Bock drauf hat. Und dann ist es auch völlig in Ordnung, egal was man machen lässt. Aber nicht für ein ganz besonderes Event. Das ist der größte Schwachsinn, den ich jemals gehört habe. Jetzt mal so was ganz Persönliches. Ja, das war ja noch gar nicht persönlich. Ja, genau. Das war ja jetzt mal so was ganz Persönliches. Wie viel Biers trinkst du so generell? Durchschnitt. Ich muss ehrlich sagen, ich gehöre zu den Weicheiern und ich trinke Radlamp. Super, das ist aber gut. Aber ein halber Liter Bier. Ja, ist nicht so, ne? Das stimmt. Also ich bin jetzt am ersten dran, aber das wären bestimmt noch zwei, drei. Und dann wäre ich das Ganze mit ein paar Schnäpser hier aus Bessern. Oh, die hauen aber noch mehr rein. Ich weiß, aber ich liebe Schnaps. Also jetzt tun feiern. Finde ich sehr gut. Es gibt nicht so einen Kater am nächsten Morgen. Auf jeden Fall. Da wollen wir hoffen, dass alles heile bleibt. Und dein Mann, wo ist dein Mann? Ich habe keinen Mann. Oh. Ich bin mit meiner Schwester und mit einer meiner besten Freundinnen hier, mit der Alina. Okay. Mit meiner Schwester und das ist Ladung genug. Hey, ihr Lieben, da draußen sorgt mal dafür, dass Charlotte Engelhardt jetzt endlich einen Freund hat. Nein, auf gar keinen Fall. Oder? Mir geht's gut. Achso, du willst gar keinen? Nein, das ist so süß von euch immer. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Mir geht's wirklich gut. Ich habe zwei sehr gesunde Hände. Ich habe einen guten Mästchen. Was machst du mit den Händen? Essen, Trinken, also die Grundbedürfnisse des Menschen und das ist alles in Ordnung. Also ihr müsst euch da keine Sorgen machen. Alles gut. Danke trotzdem.